Warum hinsehen, wenn man auch wegsehen kann? Warum mit jemandem reden, der nicht antwortet? Oder zuhören, wenn einer ständig dasselbe erzählt? Warum mit einem Mitleid haben, der kein Mitleid kennt? Warum alles für jemanden geben, der sich selbst schon aufgegeben hat? Warum Opfern helfen, die auch Täter sind? Warum suchen, was keiner finden will? Warum weitermachen, wo keine Hoffnung ist? Warum beruf.